So, jetzt mit Filmaufnahme. Ey, nicht auf die Kamera. Da ist die rote Kiste deutlich zu sehen. Wie groß ist diese Kiste eigentlich? 2x2 Meter? Die einzige Stelle, wo die Kiste nicht zu spüren ist. Die habe ich natürlich gerade drin. Ich muss mal betonen, dass ich das Ding natürlich mit dem zweiten Stich gefunden habe. Nach deinem Versuch, den filme ich eben mal extra. Das ist das Loch, wo nichts drin ist. Nein, super Sahne. Dichter Rand. Offizieller Geo-Kasch. So muss ein Kasch aussehen. Ich glaube, ich muss mich mal...